Hey Leute! Herzlich Willkommen bei BuzzStrong Barefoot. Ich bin Johannes Queller. Heute geht es nach Mannheim. Ich bin natürlich Barefoot on the way. Sieht man das da unten eigentlich? Hat man das gesehen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auf dem Weg nach Mannheim zum Crossfit 100% und dort werde ich von Almir Vlagic gecoacht im Gewichtheben. Almir Vlagic, deutsche Nationalmannschaft, Gewichtheben, mehrfach 8. Platz bei den Olympischen Spielen, jetzt gerade 9. Platz in Rio gewesen. Mal gucken, böse Zungen behaupten ja, dass er eine Goldmedaille bekommt in 10 Jahren, wenn alle anderen Doping-Sünder überführt worden sind. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich habe ihn ja schon vor ein paar Jahren mal kennengelernt in Kienbaum im Olympischen Stützpunkt. Cooler Typ. Er hat ein mega geiles Video, darauf werde ich ihn auch wieder nochmal ansprechen, bezüglich Kniebeuge und Beinpresse. Ja, ansonsten freue ich mich auf jeden Fall darauf. Crossfit 100%, bin gespannt in Mannheim. Sind natürlich Eleiko ausgestattet, das ist natürlich mega geil. Wir sind jetzt mittlerweile auch von Eleiko, von dem langen Hanteln her, im Crossfit Spree. Da ist man auf jeden Fall ein bisschen verwöhnt. Wenn man einmal Eleiko hatte, dann will man eigentlich auch nicht mehr mit anderen Sachen spielen. Aber, gut, Luxusprobleme. Ich freue mich auf jeden Fall auf Crossfit 100% und auf die Gewichthebereinheiten mit Almir. Und ja, mal gucken. Jetzt geht es erstmal weiter auf der Autobahn. Langweilig wie eh und je. Aber immerhin ist geiles Wetter. Das ist definitiv cool, dass es immer gutes Wetter ist. Und ja, mal gucken, ob ich noch ein paar Songs für euch aufnehmen kann. Was geht, Leute? Seid ihr mit mir, Eltern? Auch in den Zaun aus Hamburg sehen, in den Leute vertrauen. Bei dem die Ladies alles Schöne, den Typen so vom Himmel. Wenn sie stehen, sich nicht gefehlen, sind sie gerne aufgefügelt, wenn der Windel um den Kopf. Zwei den Dübel in meinen Kopf und schlafen ein. Wie heute kann man sein? Ich würde aus Stein. Verdammt, ich liebe diese Schöne. Komm, go, go. Komm, go, go.